und herzlich willkommen zu folge 79 ja beim letzten mal sind die ganzen turtles durcheinander gelaufen die hatten irgendwelches technische problem ich weiß auch nicht worum das liegt und wir haben drei prozent wo drei prozent da haben wir erreicht naja bis als nix und ich würde jetzt sagen bevor ich hier so lange rumdümmel tue ich irgendwo die turtles hinsetzen exquavit 9 machen oder so was aber hierhin denke ich ist eigentlich relativ egal 1 2 3 4 5 6 7 8 noch mal exquavit 5 oder so hat 1 2 1 2 3 4 5 dann hier der nächste 1 1 2 3 4 5 aber das passt jetzt 1 2 3 4 5 ja das sollte eigentlich reichen ähm exquavit 5 ähm exquavit 5 und exquavit 5 der fängt an der fängt an und du das anfangen genau passt das jetzt ja das passt alles dann kriege ich hier einen gang runter und parallel dann auf der anderen seite nochmal einen zweiten gang und die lasse jetzt einfach mal in ruhe laufen das ist da so ein mist hier passiert da mit den turtle zonen das ist doch nicht mehr zu wuchermute das geht doch nicht ich kann euch doch kein anbieten hier für misst die laufen auch hier gemütlich weiter das läuft da können wir auch nicht meckern das läuft auch haben wir dann hierfür eine schöne blume gehabt sumpfblume okay dann noch eine sumpfblume dann schauen wir mal da hinten vorbei wie es da aussieht aber das ist ärgerlich mit ich habe so wenig materialien mittlerweile wieder das ist nicht mehr lustig sag nicht schon wieder die energiezelle leer oder ach ich habe keine energie drauf gezimmert kann das auch nichts mit werden ach ja das läuft noch gut aber was ich machen kann weiß ich jetzt schon ich kann wie viel kabel habe ich noch ich glaube nicht mehr so viele ich kann sowieso generatoren das steht ja fest ich habe vier kabel noch ich habe batterien ich brauche das und ich brauche das ich mache die restlichen vier Dinger schon mal fertig so so dann 1,2,3,4,1,2,2,4 und so und die Generatoren da könnt ihr mich für lynchen aber ich werde da jetzt stumpf einfach äh äh Generatoren entpacken damit zumindest das Holz weniger wird Trichter können wir da oben drauf packen damit ich zumindest Energie bekomme ich weiß nicht wie ich da Energie drauf packen kann solange das ist eigentlich auch eine relativ schnelle Idee ok so da vier vier Generatoren noch so wie viel passt da rein 1,2,3,4,5 immer ne 1,2,3,4,5 ja dann machen wir erstmal für jeden erstmal so ein Slot erstmal fertig es ist noch nicht wahr es ist noch nicht wahr dass ich da durch ich leihe mir nix ich cheate mir nix ich knüppel hier hart die ganzen Sachen fertig und ich komme nix zustande 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 4 fehlt mir jetzt aber das fehlt mir nicht ganz denn ich muss ja das hier auch noch eintausch und hier können die Dinger wieder rein so und dann kann der nächste hier dran gut das läuft jetzt schauen wir mal wie es richtig läuft hier ja da finden die Sitzlinge ist natürlich klar jetzt hat er wieder gut angesammelt und ich mache jetzt immer nebenbei was wir jetzt machen ach ne kann ich gerade nicht also ab und zu mal so drei viertel stick oder so was einfach rausnehmen so pro forma einfach mitnehmen und dann können wir sagen jo das habe ich immer gespeichert das können wir später im verlauf einfach irgendwo reingeben und das haben wir dann als Zusatz ach ja das ist doch nervig hier komm wie kommst du damit aus so lass mal noch Energie hier rein ab zack zack und nochmal zwei für jeden ich weiß jetzt nicht wie viel Energie das bringt ich glaube ganz wenig aber Holz kommt weg Holz kommt weg und ich kriege ein bisschen New You Matter für den Anfang 2 1 2 1 2 1 2 und das kann irgendwo da vorne rein hier seht ihr die Kiste ist fast schon da voll und ich kriege kaum Sitzlinge nach deswegen einfach ein halbes Stück hier mit rausnehmen und einfach in diese Performer Kiste reinschmeißen die hier sowieso sitzt zack und die kann ich dann einfach ab und zu mal voll füllen und dann ist Ruhe und Karton so ach ne das brauch ja nicht hier unbedingt sein das kann hier 1 2 1 2 füllen wir jetzt ganz gemütlich hier einfach auf und Ruhe ist 10% wie siehts hier aus hier siehts auch beschissen aus ok zumindest noch aufbereites Uranbarren haben wir schon mal da können wir sogar noch Atomkraftwerke reinhängen das wäre auch noch und hätte ich keine Chance kriegen naja zumindest bekommen wir jetzt so Energie hoffentlich genug ein bisschen ich weiß jetzt nicht mehr wie viel da durchfließen oh 12% yay es geht ein bisschen schneller voran es ist unglaublich ok ich freue mich gerade über 12% auf dem Asshole Cater Teller führt 4 Generatoren und 4 Solarpanels das ist nix das ist lächerlich das ist wirklich lächerlich da müsste man ganz viele HV-Panels hinterpacken das ist geil 13% das kann ich über Nacht laufen lassen dann habe ich höchstens vielleicht einen Stack geschafft aber dann ist hier auch wieder empty so dann werde ich mal vielleicht nochmal so 3-4 Stacks holen und die wieder schon mal reinfüllen weil die wird ja auch nicht leerer hier 1-2-3-4-6 ja muss ja leerer werden und wenn ich jetzt eine halbe Kiste davon habe dann sage ich ich packe sie in den Generatoren erstmal nix rein und wenn die wieder voll ist fast voll ist dann schmeißen wir das irgendwo hin schmeißen wir das vor die Füße oder so so gut ich lasse wieder ist ja nix ist ja wenig ist ja fast gar nix ein bisschen Holz brauchen wir auch noch so für uns wie gesagt halbe Kiste ist immer ganz guter Performersatz ne die laufen da auch noch ne oder können wir dann halbes Stack nachwerfen für die Holzkohle äh halbes Stack kann nachgeworfen werden bzw. 40 Stück können nachgeworfen werden zack zack auffüllen super Job und hier schmeißen wir jetzt jeweils noch einen nach hier hauptsächlich komm weg da brauche ich gerade nix machen ich warte ja eigentlich nur auf Material aber es wird ja nix hier so Holzkohle Holzkohle kommt hier unten rein irgendwie einfach einschmeißen was haben wir denn hier noch drinnen hier ist auch noch Müll drinnen aber nichtsdestotrotz müssen wir hier weitermachen da brauchen wir jetzt hier CPUs CPUs da da brauchen wir die Dinger und dann brauchen wir die Dinger da brauchen wir diesen Quarzmeißel und der geht mit Quarz Sticks und Eisen ok Neter Quarz Sticks und Eisen da brauchen wir Gold wir brauchen Eisen wir brauchen noch mehr Eisen wir brauchen hier vielleicht Neter Quarz wir brauchen vielleicht Diamanten Redstone vielleicht auch noch zwei Sticks wären schön das wäre schön es ist viel zu machen so so und ich glaube so so und so oder so ah ne so und so ist gut so Quarzmeißel mit dem Quarzmeißel brauchen wir jetzt diese Großprozessoren Bausätze brauchen wir erstmal wie viel brauchen wir denn da 2 4 6 2 4 6 das sind immer 4er Pack ne 4 8 12 14 Stück können wir schon mal 14 machen da brauche ich aber noch Diamanten so dich habe ich aufgenommen aber Diamanten brauche ich oh da habe ich keine Diamanten das ist doch nicht wahr doch da sind noch 29 Stück aber wir wollen damit weitermachen die Sonne geht unter und wir werden jetzt in Richtung Kayabetsch wieder latschen so machen wir auch sonst kommen wir dann zu nix und dann würde ich sagen ich hoffe euch hat wieder gefallen und wir sehen uns in Folge 80 bis dahin tschüss wir wollen tatsächlich da sind Vielen Dank.